Zunächst wird ein einzelner Kondensator durch eine konstante Spannungsquelle geladen. Entladen wird der Kondensator über einen balistischen Galvanometer, womit die geflossene Ladungsmenge gemessen werden kann. Die Anordnung wird durch einen zweiten Kondensator gleicher Kapazität erweitert. Der zweite Kondensator ist parallel zum ersten geschaltet. Der Ladungsstoss der parallelen Anordnung ist doppelt so gross wie der im ersten Teilexperiment mit dem einzelnen Kondensator. Zum Schluss sind die beiden Kondensatoren in Serie angeordnet. Der dabei zu beobachtende Ladungsstoss ist geringer als der im ersten Teilexperiment.